Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Livestream. Ihr fragt euch bestimmt warum Jason nicht mit dabei ist. Dieser Cup ist nur für Solo. Ich weiß es ist ein bisschen blöd aber ich konnte es halt auch nicht ändern. So. Wir landen erst mal hier. Ich finde die Geld direkt eine goldene Waffe. Was ich ziemlich cool finde. Und doch. Hä? Ist ne der Modus Only Gold oder? Also verpasst. Jetzt auch nicht. Ich hab noch den falschen Spielmodus drin. Also das ist jetzt so. Das wär cool. Ihr seht, Jason ist im Kreativmodus. Ich weiß natürlich nicht, ob der jetzt Lust hat unbedingt zu spielen. Deswegen lasse ich ihn jetzt erstmal hinrufen. Was ist er denn da? Ist er auf K? Okay. Ja. Scheiße stimmt ja. Das ist Wasser. Ich wollte die Granate schießen. Falls ihr euch denkt, was hat er gerade gemacht? Ja. Ja, ich denke tatsächlich, dass ich noch im falschen Modus bin. Eigentlich hatte ich doch den Cup ausgewählt. Das ist doch nicht der Cup. Oder? Nee. Mann. Ich bin echt zu blöd. Das merke ich. Aber ich hatte doch den Cup ausgewählt. Entweder ist das der Cup oder Fortnite ist schon wieder anders unlogisch. Habe ich schon Zuschauer? Mal gucken. Drei Zuschauer. Adam. Hust, hust. Was geht ab? Adam. Dann lese ich. Äh, hallo. Sorry, dass Jason nicht dabei ist. Also, der Cup, den ich gleich spielen werde, ist eigentlich Solo. Ich kann Jason ja mal fragen. Geil, Digga. Wenn ich bekomme, hat er wieder eine Strohflinte. Könnte man sicher denken. Ich war jetzt, wenn wir erstmal nicht abpacken müssen. Ach so, scheiße. Man kann nicht unendlich. Oh, scheiße. Was ist denn mit diesem Raketenwerfer falsch? Ja, Leute. Was soll ich machen? Ich hätte hier nicht meine Pumpgarn. Ach, Mann. Rp. Danke, dass einer von euch beiden dabei ist. Freut mich sogar. Einer von euch. Ich weiß aber nicht, wer von euch. Egal. Hä, seht ihr? Hier, Solo. Ich drück drauf. Aber... Alle Waffen sind legendär. Ja... Hä? Ich glaube hier das nicht. Kann das sein, dass das Event verpackt ist? Kann das sein? Kann das sein? Gut. Dann lassen wir es. Ich schlade Jason mal ein. Mal gucken, ob er reinkommt. Ich kann euch schon mal den neuen Gegenstands-Shop zeigen, falls sich das interessiert. Wir haben Captain America. Einmal sein Schild und dann nochmal das Schild als Spitzhacke. Das heißt, wenn er das Schild auf dem Rücken hat, nimmt er das, wenn er die Spitzhacke rausholt, von seinem Rücken in die Hand und damit könnt ihr dann die Beude schlagen. Oder hier, das ist auch ein Captain America-Tanz. Wie man hier sieht, sind die selben Farben. Die gehören zum Avengers-Paket. Hier, den, also den finde ich komplett Müll. Die Spitzhacke ist auch komplett scheiße. Das Einzige, was ich da cool finde, ist dieses Herz. Aber das braucht man auch nicht. Dafür würde ich nicht so viel Geld ausgeben. Ich würde für Fortnite allgemein, wenn ich... Also ich spiele ja Fortnite und ich möchte auch wenig Geld ausgeben. Scheiße, man. Warum kann ich ihm jetzt nicht beitreten? Wenn nur... Lol. So. Hier, dann haben wir noch einmal Sternboten. Die sieht... Also ich würde mir die auf keinen Fall holen, weil... Ich finde den halt irgendwie einfach komisch. Guck dir diesen Skinner, den braucht man nicht. Das Bergblink finde ich auch nicht cool. Der ist Tanz-Popsternchen. Ja, der ist schon seit Season 4 drin. Ich fand den irgendwie immer cool, aber... Es gibt davon halt schon zu viele. Früher war der einzigartig. Heute ist der irgendwie komisch. Fingerwedler. Naja, den kann man sich mal ruhig holen. 200 V-Bugs sind fast gar nichts. Das könnt ihr euch machen. Dann... Noch einmal... Zu den Sonderangeboten. Jason? Hm? Ich streame. Willst du jetzt streamen? Ja, kann ich machen. Eigentlich wollte ich nämlich den... Ähm... Solo Cup zocken, aber... Der ist voll verpackt, von daher. Wollen wir pures Gold... Wollen wir pures Gold oder... Äh... Was wollen wir spielen? Ich finde, das kann ja pures Gold spielen. Mit wem warst du jetzt in einer Gruppe? Nicht so wichtig, alles gut. Jason? Ja? Wegen Arena, ne? Ja? Sorry, aber das hat mich so abgefuckt, dass ich so viel Videos gemacht habe. Du kannst ja nichts für. Aber... Du weißt wer, ne? Naja, ich weiß schon wer. Das hat mich so... Du musst dir vorstellen... Ich bin von 3.100 oder 200, keine Ahnung... Auf 2.800, Digga. Puh. Ja, ich kann es verstehen. Ey, Bruder, soll ich dir was sagen? Was? Du hast mir das ja gestern geschrieben mit Arena, ne? Und jetzt kommst du so und sagst du... Ich... Also ich fand das halt gestern so, ne? So... Bisschen halt... Nervig, so habe ich halt so hingenommen, weil du es sagst, ne? Und jetzt kommst du mir so... Ja, ich streame... Ich so... Ich... Ich hab mir grad zum Kopf gedacht, okay, warte. Wäre da jetzt alles alleine machen oder nur das andere? Aber als du mir dann gesagt hast, dass du dieses Solo-Turnier machen willst, dann... Weil... Woher hat der den Skin? Guck auf, woher hat der den Skin-Mox? Ich schick das nicht. Der ist aufs Rette die Welt. Ach so, oh. Den hast du bekommen, wenn du dir so ein Rette die Welt-Paket für 150 Euro gekauft hast. Digga... Wenn du mich fragst, hast du meine Geldfortspendung? Ich finde... Ja. Digga, ich finde Rette die Welt komplett kacke. Ja. Sorry, dass ich dir nicht Bescheid gesagt habe, als ich gestreamt habe. Aber der Stream war... Ich habe... Ich streame seit 5 Minuten. Und ich wollte eine Runde Casca zocken. Aber der Cup war sowieso verbargt. Den kann man ja auch nicht zu zweit spielen. Deswegen... Ja. Weißt du, was wir aber auch machen könnten? Was? Mh... Wir hätten auch machen können, dass wir auf Discord gehen. Du dann streamst und wir beide diese Solo-Cup machen, wenn es funktioniert hätte. Ja. Aber da du... Dann bin wir halt... Kreativ-Modus mit einem anderen gespielt hast, dachte ich, ihr wollt Kreativ-Modus spielen. Oder ich bin so safe tot, ne? Siehst du? Ja. Ich bin Matrix! Nicht... Oh. Ich war Matrix. Guck sie an. Oh, dieser Werfer ist so eine legendäre Waffe. Die ist so overpowered, ne? Komm! Hey, guck mal hier! Jaaa! Digga, das... Digga, das... Digga, das... Digga, das... Digga, das... Digga... 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 Das ist frech! Der ist richtig frech! Der ist einfach in den Wald! Nein!... Wenn wir jetzt einen One Pump kassieren, das wär jetzt äh... traurig, ne? wie warum wäre das extrem cool ja stimmt man kriegt man gekommen mit dem modus können wir lieber durchspielen ich finde nur goldene waffen irgendwie kacke okay lasst du zocken alles gut kein problem war zu jason du siehst doch auch den kap da oder ist das irgendwie ja klar klar ja also ich habe eben den gegenstand shop gezeigt sie schreibt und steht ganz kritischer shop die gab es mich der shop dieser kompletter müll ja also ich finde die spitzhacke von iron man geil sonst nicht ja aber von captain amerika von captain amerika dass dieses schild viel zu groß ist auf seinem rücken ja das ist wirklich viel zu riesig größer als der muskelprozess selber so dumm sieht das aus gerne aber danke auf jeden fall mal hier dass du jede unsere streams guckt ja ehre wir denken natürlich auch daran dass wir spaßten sind deswegen ist wahrscheinlich so viel die langweile das ist wehtut sagen dass der deutsche stämme auf du habe ich auch schon so auf dem model ich gehe einmal kurz adam lobby die hustt hustt was geht ab was ist so im shop ganz kurz ja und adam warum hat die nicht die selbe farbe das unterscheidet sich ich weiß auch nicht wo alles klar es guckt uns wieder keiner zu cool echt cool ein weg 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 meg ich habe überlegt ich könnte doch einen eigenen diskord server für uns anlegen ja könnte ich so machen das mache ich glaube ich ganz sind das mache ich heute nachmittag dann können wir auch mit allen unseren abonnenten über disco treten von denen keine lust haben wo willst du landen das soll aufgaben schon fertig ich mach keine aufgaben stimmt ja ich hab sie gestern gemacht übrigens ist unser neues neues video von uns sehr gut wenn wir glück haben kriegen wir mehr abonnenten wegen dem video ich weiß noch als ich erzählt habe dass mein trainer auch youtube macht ja er hat mich auf seinem kanal verlinkt ja aber wie viel hat er 270 250 aber ja wir haben glück wenn er drei reingucken ach so ja okay das ist du da lass meine seite spitzeln in ruhe ja vertraue mir ich habe jeden schuss getroffen kappa der eselkopf hat mich niedergebrüllt ja noch mal zwei das ist über eine stelle die runde wir müssen uns erst mal einspielen oder wollen wir kreativ auffüllen spielen denn auch machen das wäre jetzt auch vielleicht meine idee was wir machen hätten können machen hätten können ja genau machen hätten können amberg haha don't care schreibt mal in chat ob ihr jason gut hören könnt wenn ich zu leise bin dann rede ich noch warte ich selber mal gucken ob man mich gut hört ganz ja ja okay hier hat reingeschrieben raus wir gehen wieder raus warum ja ja siehst du wenn du drinnen wirst warum das ist immer so gut ein ich wollte fragen ich bin einfach ein gangster ich brauche ich war alle gang naja ja da muss auch da aber die jaja da bin ich aber schon wieder raus ach so weil noch zwei aktive zu aber zwei aktive zuschauer noch dort einer bis du auch oder ich selbst ja das ja ne ich so leute so vielleicht können wir ja diesmal etwas reißen hier ja wenigstens ist das eine vernünftige map ja ne aber wo sind die ganzen anderen drinnen nirgendwo sind wir die erste ja lass ID oder so rein machen können wir gerne machen oder Boxfight mach Boxhut wie du willst such dir was aus Boxfight ist gut zum 1 spielen ja genau ich feier diesen Hängegleiter so hart den ich hab ne welchen mit meiner Kuckuckseule ich bin drin gut guck mal einmal auf die spielerliste ja bestimmt war das war das mit Box halt so die richtige entscheidung und so viele sind denn da doch das wird spaß machen das wird auch gut zum einspielen sein weil wir tausende zum ja ich bin safe dort ich schicke dir mal ein foto über whatsapp wie bei mir aussieht zu spät ich bin schon tot ich hab dir über whatsapp im infos geschickt ich hab dir über whatsapp im infos geschickt ich hab dir über whatsapp im infos geschickt 190er in seine hat ich hab dir über überall gegner ich sehe es die runde gewinnst du Max gönne doch Mini es lebt nur noch einer Max oh mein Gott 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 warte tu es nicht hihihi er könnte ich fische oh mein Gott oh mein Gott das ist fast auch geschafft aber nur fast guck mal über whatsapp wie es bei mir aussieht das ist egal mein handy habe ich jetzt nicht hier hast du jetzt gelitten das ist egal wahrscheinlich kann die ganze runde wahrscheinlich nicht mit spiel warum das will ja egal ja nächste runde auch nicht geil warum nicht keine ahnung frag mich doch nicht was ist denn bei dir ja ich bin unten im wasser unter der map bei mir und ihr seid da oben ja dann geh nochmal zurück zum zentrum und komm wieder rein gute idee wie bist du nur so schlau ich bin einfach der geilste in fortnite battle royale doch entschuldig ja ja genau ich hab dir nur zugestimmt es packt trotzdem ne 30er was jungen ganz echt das ist schon wieder das unverdienteste aller zeiten digga ach man das fackt mich jetzt ab Stefan Stefan F C N 5 ja ach man digga dieses spiel ist doch leckerlich warum ich verlasse nochmal ganz kreativ zentrum und komm danach wieder rein ne lass mal ganz kreativ verlassen das ist ok wollen wir random squad spielen vielleicht treffen wir wieder auf cookies sucht die hehehe nochmal warte ich guck jetzt mal ob die online ist ja die ist online ja ja wenn wir mit der runde kommen dann läuft dich digga dann läuft dich du die erzählt uns dann wieder was ja 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 genau und wer sagt die nicht die hat letztes mal nichts gesagt ja riese ich sitze zu ihr hast du schon fluen wie alt bist du 15 nach drei minuten kam es dann die ganze junge ewigkeiten hat die gebraucht um zu antworten aber ich habe jetzt meine tastatur kann man einstellen wie die leuchten sollen da habe ich jetzt nur richtig geiles design drauf ja ja guck mal oben links auf den namen sagt ja ich komme gleich ja ich komme gleich ja ja ich bin ja ich bin ja im ja sei Crisis das gehört sein mic is broken sein meint ist broken ich mache mich immer zum beliebtesten hier achte ich bin schon wieder anders los we are friends ja friendly people the camp from africa du auch die hälfte die worte hier wort du guckst nicht bei mir traurig max ich will auch kitty cat zu ryan mappel oder soll ich ihn meppel nennen nimm nie meppel is that your name your real name or is that your former name FBI open up ja da geht's hart zur sache fbi open up ich komme dumm kopf brian what was that it that you're good oh my god FBI open up oh my god hol seine karte nicht doch 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 das mache ich noch bring mir die aufladepam mit bitte use a medkit use a medkit use a medkit use a medkit i do that again he know how to play fortnite i have renegade radar it's blazer what it's blazer what's blazer that's renegade radar oh bist du blöd jason kann ich die blaue pampen shhh no zum max blaue pumpe oh 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 er hat deine mutter penetriert also habe ich den nicht mal die ehre genommen weil sie auch nicht penetriert so kollega ach so oh komm die englischküfte ja richtig so ja 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 johann ja 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 hat für damit schafft er denn meine fresse er sollte ich klappe halten er soll ich die schnauze an die großen reden schon mal gleich vorhanden menschens kinder du bist aber flott und habe ich weiß so gut player in beruhung ja das ist wenn wir auf einen treffen sei so hell ich hätte mit text spielen sollen glaube ich habe die aufladepumpe ist halt einfach stärker max nein ist weg aus weg ein glück die haben ganz schön auf schnutzung kommt auch mann hey grieken expert das kann ich einfach nicht sehen das ist halt irgendwie weh okay oder da mussten jetzt gucken ja sie müssen jetzt hier kinderfreundlich sein deswegen nenne ich dich jetzt nur noch schweine nase wieso schweine nase hier keine ahnung weil ja 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 ihr spielkanal schweine nase hier bin ich schweine nase hier bin ich schweine nase hier bin ich da bei mir du gehst das mal Ich weiß, wo ist das? Mein Mann, mein Mann? Wo ist mein Mann? Wo willst du gehen? Ich weiß nicht. Okay. Ist LXLL dein Mann? Nein. Okay. Let's go with Dan and Tiktok! Ich musste den einfach bringen. Let's go with Dan and Tiktok. Fuck Tiktok. Was? Ich kann kein Deutsch. Was diese WhatsApp? Was das? Ich kann nicht kennen das nicht. Oh Gott schön! Ja, Digga, dein Attack! Ich weiß nicht, Lach nicht, Wurst! Schweine Nase. Boah, Mensch, Mensch! Der ist gut, oder? So good in this game! Oh! Oh! Oh, oh! Thank you, man! Und meine holt er nicht, ne? War ja klar. Nee. Das kann man aber auch irgendwo verstehen. Warum? Ich wollte doch nur einen Tiktok drehen! Er ist geläftet! Was? Digga, er ist einfach geläftet. Er hat gar keinen Bock auf uns, der Junge. Kann man aber auch auf einer Seite verstehen. Aber ich wollte einen Tiktok drehen! Kann du, äh, pick up my card, please? Ach du Scheiße! Oh, I'm sorry! Oh, very good, Iron Man! Iron Man! Iron Man! You are an Iron Man, we say in German! When you are from German, when you are from German, then dancing! Oh, Scheiße! Macht ja viel! Siehst du nicht, wie er tanzt, wächst? Aber er kann sein Skin irgendwie cool! Ja, der ist auch lit! Oh! Oh, oh, oh! Menschenskinder! Da, da soll es ja bald ne Dark-Version von geben, ne? Oh, die wird heftig, glaub ich! Ja! Der Typ hat mich übrigens auch getötet! Was?! 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 Man hat's gehört, Max! Was?! Was?! Er hat nicht mehr Metz! Digga! Der Jules finansiert! Also! Was?! 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 Nicht im Ernst! Macht der nicht! Komm schon, lass es! Bitte! Macht der nicht! Er macht das! wir wollen die nächsten teammates kriegen jetzt kill den ich auch noch macht es auch nicht er macht es nicht so wird jetzt einfach mit daher weggelesert bitteschön gegen erst eigentlich seine lackierung passt voll gut zu sein ja genau sehr gut bau der haus app for the mats bist du komplett in engl in englisch destroy the home from the italiener nein in england ich glaube sie erholt das in englisch peace of fit naja wer auch zu heftig der gas parkour renner naja er macht davon jeden tag er macht jeden tag der freundige ist heftigste die lackierung ist ja richtig geil can you arrive at ok war eine gute idee war eine gute idee hat er das passiert hieß er klug man er kommuniziert mit uns können sie uns hören auf deutsch gesagt Würstchenfresser wer guckt bitte noch unseren stream wer kleine potze kleine potze kleine potze was wenn when you are here us dancing when you are here us dancing not reboot us schade er macht trotzdem siehst du selber ne er ist wahrscheinlich im gruppenkanal du offe ja ja was red ich mit dir wahrscheinlich redet er die ganze zeit und fragt sich warum wir nicht reden aber jetzt im gruppenkanal ich komme nicht raus max das freut mich für dich geh raus soll ich dir helfen ja bitte ich komme hier nicht raus ach danke du bist so ein wichser passt denn oh das nächste mal helfe ich dir also nicht raus ok ne du wolltest nicht bloßen bist du angekommen so ein kleines stück Müll oh ich hasse dieses game so hart warum weil ich nichts machen kann ja weil ich besser bin als du musst du irgendwann ein ach ich kotzreiz ich krieg mir so ein hals ja das auch help you ammo ok er ist nicht so gesprächig max ja ich habe heute schlechter er hat schlechter mit werbefreundlich geschissen ist kein ja nicht werbefreundliche wort zum beispiel wäre es nicht werbefreundliches wort wenn ich zum beispiel mit bein sagen würde ah ja höh hier ist ein tresor balla what the fuck und der schilder ist nicht weg werbefreundliches gesagt ich bin einfach der beste digga also aber dann niemand unsere streams guckt kann sowieso auch mal vorbeigehen guckt dings nicht mal mehr hier ist auch schon weg ja verständlich do you have a pumpkin money from me do you have autism pump ehrenloser es wird geschossen geschossen das war ich das war ich ich war das ich habe geschossen achso oh lila my bed my mama i'm sorry jeet ja jeet ey hier ist ein goldener hai freut mich für dich adoptier ihn doch auf den oh nein nein ich bin runter oh gott wenn der heilig trifft steigst du aus komm herr du f***er ja jason kann sich jetzt mit dem rum ärgern mir ist das egal mach ich auch ach so ach so xoxx hast du pumpkin money nehm scheiß habe ich wie viel money hast du denn heftig digga keine ja ich hab auch ungefähr soviel doch gerettet eigentlich habe ich aber was auch nicht muss ja jetzt nicht wissen wie kommst du da auf eine blaue pump ja war ich zwei sachen gefischt hat dass meine sniper danke auch kommt ich kann auch nicht so sein also er will nicht liegen ja geht very good job very good job i sit on the desk and i weiss nicht guck mal das sieht so komisch aus auf dem helikopter jason bist du blöd der gegner oder was ja 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 schön für die film macht das ich schicke ihm eine anfang und können wir vielleicht mit dem arena spielen nein nein ich bin auch runtergerutscht da kommt ein heli ach wirklich max hast du wirklich 18 schuss bitte ich habe 13 auch nicht besser was ist das denn jetzt die willmchen ich habe drei teile ich singt jemand von mir rocket right machen hast du ja komm einfach nur ausfahren hast du ja zwei stück danke du musst mich schießen lass mich schießen bitte schießt du mich bitte und dann zweite ich ja komm da hinten auf aus dem da da komme kommen wir rock'nriden wir rock'nriden drei zwei eins schießen drei zwei eins schießen zu lange gestorben du kannst es auch irgendwie nicht ne du kannst du nicht zielen bist du blöd alter nicht so runter gefallen hoch mit uns in die lifte Ich glaube du hast jetzt noch ein bisschen Sniper... Du hast ja irgendwie gefläst, du. Du bist nämlich gleich kalt gemacht von mir. Flair Run! Damit kann man auch ordentlich Scheiße bauen. Gib sie nie, Max, in der Hand. Huch! Agency! Noch eine Flair Run! Läuft von mir! 105 WU! Oh mein Gott! Rein, rein, rein! Was habt ihr gemacht? Hä, wie, was heute nicht gemacht haben? Äh, wir fliegen hier ganz schnell weg, ganz schnell weg! Nein, unser Team ist noch da oben, wir müssen zu ihm. Ich flieg weg! Jason ist es nicht dann ernst. Ich bin hinter euch direkt... Das gute ist, dass wir zu uns müssen. Jason, ich habe Minis. Ja, ich werde angeschossen. Oh, danke. Bitte, du Arsch. Wann ist denn... Wieso lagt Fortnite so? Wieso lagt Fortnite so? Nee, gar nicht. Die werden direkt gewalttätig. Ich bin direkt ein Fettnick in die Frisse, Alter. den scheiß tue ich ich habe noch einen geholt ich habe keinen bock mehr die legs in ford night man bekommt halt das so viel kann ich sagen dieser spieler hat heute schlechte laune versuche es ruhig noch einmal wenn es probleme weiterhin besteht geht auf htcps status epic games kommen und bekommen dieses lama nachdem du nicht das lama nachdem die gruppe konnte keine verbindung aufbauen sagt das sind wir ja gut informiert hier ich sag dir ganz ehrlich kein bock mehr du mann lass mal irgendwie nicht wenn ich jetzt jana einladen zum arena spielen digga der hat war mal kurz der ist 6.000 punkte schreibt mein geld wie viel man mit 6.000 punkten hat in welcher arena man da ist äh ja in welcher division meine ich damit ich kochen kann damit ich kochen kann damit ich kochen kann damit ich kochen kann deswegen sing ich ja so deswegen ist es noch so ein großer spaß junge jane ist halt einfach schon in der champion liga ne haben wir noch ein anderes spiel was wir spielen können was denn jetzt mit velorin warte wo kann sich das installieren internet 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 was ist ein internet internet was ist denn das internet ist für leiton genau das kenn ich gar nicht so ich gehe jetzt erstmal aufs klo und wir reden warte wenn ich wieder da bin schalten wir beide den discord an über den discord ne Ja? Hat? Nee. Genau. Ich mag dich auch nicht. Ich mag dich auch nicht. Ich bin wieder da. Jason? Ja lol. Max? Ja. Ach du Scheiße, der ist wieder da. Komma in Ice Out Next. Ja, warte. Ich schließe fort, Nadja. Ja, tschüss. Tschüss. Bis dann. So. I'm gonna show you how to get it. I left for slide. Was ist Hugh? Wollen wir das mal spielen? Wenn das gut ist, kann man das machen. Ich will Speicherplatz. Äh. Hm. Ähm. Ey. Das ist... Hä? Das sind zwei Gigabyte. So gut kann das Spiel nicht sein. Wäre das ein richtig gutes Spiel? Ja. Für die Leute, die es interessiert. Ich habe mir das Stranger Things Spiel geholt. Und ich sage euch so wie es ist. Es ist nicht gut. Hier kann ich meine Videothek sehen, was ich spiele. Ich spiele Fortnite. Ich spiele GTA. Ich spiele Just Cause. Ich spiele Unreal Tournament. Und die Spiele habe ich halt früher immer gespielt. Wenn ich schau you how to get it right for... Ach so. Discord. Kn parfait. Komm dann wer. Spasti. was hast du mir geschrieben auf discord oh komm so warte ich gehe mal ganz kurz runter ich komme gleich wieder doch das ist machen wir einmal auf heute gehen kann ich leider nicht mehr in den Chat gucken ein ein ok reicht auf jeden fall weiß ich gar nicht ich gucke mal kurz aufnahmen aufnahme in einstellungen bildschirm aufnehmen machen wir noch mal ein plus nein wir wollen aufgemacht städtel klick und dann noch ein 2 3 4 5 so leute ich sage ich ganz ehrlich ich habe keinen bock irgendwie jetzt hier noch weiter zu ich möchte eigentlich nur spielen also tut mir leid und die leute gut haben deutsch gesagt keiner spotify hier so leute über einen tag klinik mit internen wo es ja auch die skorten die klinik was ist hier los ich werde sind ich bin jetzt auch ausmachen tut mir leid Mir guckt sowieso keiner mit zu. Von daher, tschüss. Tut mir leid.